Heim emeritiert in Berlin Der Sperrwurf der Männer ist in den letzten Jahren zur deutschen Domäne geworden. Auch bei der Emeritiert in Berlin gingen die Spitzenplätze an den Gastgeber. Nur eine enttäuschte Olympiasieger Thomas Röhler hat sich bei der Leichathletik emeritiert die Goldmedaille geholt. Der jene warf starke 89,47 Meter und wurde damit klar erster. Silber ging an Landsmann Andreas Hofmann, der erst vor ein paar Wochen deutscher Meister wurde und mit 87,60 Meter ebenfalls eine solide Weite erreichte. Bronze ging an den ersten Magnus Kehrt, 85,96 m. Auch Andreas Hofmann gewann in Berlin eine Medaille. Quelle, Imago Einzig Johannes Vetter enttäuschte. Der gebürtige Dresdner konnte nicht seine gewohnte Leistung abriffen und landeten nur auf Platz 5. Das letzte Emeritiertgold für einen deutschen Speerwerfer hatte es 1986 in Stuttgart durch Klaus Tafelmeier gegeben. Die letzte Medaille bei Europameisterschaften holte Matthias Dezardo 2010 in Barcelona mit Silber. Nach dem Olympiasieger von Röhler und dem WM-Gold von Vetter ging damit auch der letzte große internationale Titel nach Deutschland. Liebe Leserinnen und Leser Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team